Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4468 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dachdecker bauen Dachfenster und Dachgauben ein. Sie montieren Dachrinnen und Fallrohre. Dachdecker bauen Dachfenster und Dachgauben ein. Sie montieren Dachrinnen und Fallrohre. Dachdecker bauen Dachfenster und Dachgauben ein. Sie montieren Dachrinnen und Fallrohre. Alle schauen aufs Meer. Was gibt es dort wohl zu sehen? Alle schauen aufs Meer. Was gibt es dort wohl zu sehen? Alle schauen aufs Meer. Was gibt es dort wohl zu sehen? Ich bin Dozentin an der Universität Heidelberg. Ich bin Dozentin an der Universität Heidelberg. Ich bin Dozentin an der Universität Heidelberg. Wir arbeiten an der nächsten großen Sache. Es ist der Auftrag eines guten Kunden. Wir arbeiten an der nächsten großen Sache. Es ist der Auftrag eines guten Kunden. Wir arbeiten an der nächsten großen Kunden. Wir arbeiten an der nächsten großen Sache. Es ist der Auftrag eines guten Kunden. Wir arbeiten an der Universität Heidelberg. Wir arbeiten an der Universität Heidelberg. Alle unsere Umzugskartons sind jetzt in der neuen Wohnung, aber unsere Möbel sind noch nicht angekommen. Alle unsere Umzugskartons sind jetzt in der neuen Wohnung, aber unsere Möbel sind noch nicht angekommen. Es gibt viele Orte in der Nähe der Uni, wo ich in Ruhe draußen arbeiten kann. Es gibt viele Orte in der Nähe der Uni, wo ich in Ruhe draußen arbeiten kann. Ich stricke eine Mütze für meine Enkelin. Öffne das Fläschchen und ziehe die Pipette einige Millimeter heraus. Öffne das Fläschchen und ziehe die Pipette einige Millimeter heraus. Unsere Koffer stehen bereit. Unsere Koffer stehen bereit. Die Reise kann beginnen. Unsere Koffer stehen bereit. Die Reise kann beginnen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. upon öffne if öffne Vielen Dank.